Jo Leute, was geht? Maru hier und damit willkommen zum neuen, kurz knackigen One Piece Odyssey Video, Freunde. Es gibt neue Infos, ich hab's im letzten Video schon angesprochen, und zwar geht es um die Demo. Es wird eine Demo zu One Piece Odyssey geben, die am 10. Januar erscheinen wird. Für die Plattformen PS5, PS4 und Xbox Series S. Finde ich eine geile Sache, Leute. Dadurch kriegt man so einen Einblick in Odyssey. Und für die Leute, für all diejenigen, es sind ja einige unter euch, die sich noch nicht entschieden haben, beziehungsweise die noch unentschlossen sind, taugt es was oder ist es irgendwie nicht so meins? Probiert es einfach aus, Leute. Ihr habt nichts zu verlieren, es ist eine Gratis-Demo. Ich denke, es wird so eine Story-Demo sein, vielleicht auch die, die man auf der Gamescom oder anderen Events schon anzocken konnte. Probiert das Ganze aus, und dann könnt ihr ja immer noch für euch entscheiden, ob ihr es euch holen werdet oder nicht. Und ein paar Tage nach der Demo wird ja das Spiel sowieso kommen, und dann wird man ja sowieso auch auf meinem YouTube-Kanal, etc. auf Social Media viel dazu sehen, und dann wisst ihr ja, was euch noch erwarten wird, und könnt es dann daher abwägen. Was auch noch zu erwähnen ist, Leute, man kann den Speicherstand, oder den Spielstand, den man in der Demo hat, dementsprechend auch übertragen aufs Volles Spiel. Also denke ich, wird es wahrscheinlich das erste Kapitel oder sowas sein, wo jeder dann zockt, und die Leute, die dann das Spiel dann kaufen, müssten sich nochmal zocken, weil die es halt schon in der Demo gespielt haben. Aber ich bin gespannt, Leute. Wir werden die Demo auf jeden Fall mitnehmen. Heißt, ich werde die wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich auf Twitch streamen. Wenn ihr da auch Echtzeit-Feedback und sowas haben wollt, schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne, Leute, war es das auch schon von diesem kurzknackigen Video zu One Piece Odyssey. Ist noch ein anderes Video geplant für die Woche, dass ihr auf Up-to-Date seid. Wie gesagt, jetzt nicht mehr lange, Leute, noch ein paar Wochen, und dann kommt das Spiel raus. Ich bin, wie gesagt, heiß. Ich freue mich übelst drauf. Und ja, meine Leute, soviel dazu. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mauthoxy. Ciao. Euer Mauthoxy.